Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz, zur Vorstellung unserer neuen sportlichen Führung. Ich begrüße auf dem Podium unsere Geschäftsführung Alexander Werle und Horst Held der Reihe nach, unser Coach Markus Gisbel und Nars Blattner Gießt, unseren Präsidenten Dr. Werner Wolf. Die offizielle Begrüßung unserer neuen sportlichen Führung überlasse ich natürlich Ihnen, Herr Wolf. Danke. Zuerst mal guten Mittag zusammen. Der Morgen ist ja schon vorbei. Nein, wir hatten immer gehofft, dass heute die Sonne scheint, können wir leider nicht so beeinflussen, weil es ist eigentlich ein Tag, wo man sich freuen sollte und wo wir uns freuen. Und das wäre natürlich noch schöner, wenn es draußen auch schönes Wetter ist. Ich darf Sie zunächst mal alle hier recht herzlich begrüßen. Ich bin von der Anzahl Menschen und Journalisten beeindruckt, muss ich sagen. Solche Situationen hatte ich nicht so oft in meinem Leben, aber auch schön. Die Situation, die sich in den letzten Tagen entwickelt hat, die wir Ihnen heute vorstellen wollen, wie schon gesagt, erfüllt uns mit einer Freude, weil wir haben uns Zeit genommen, um eine neue sportliche Führung zu bekommen. Und das systematische Vorgehen ist am Ende des Tages belohnt worden. Sie wissen, dass Horst Held den 1. FC Köln und sein Umfeld bestens kennt, weil er hier groß geworden ist. Er ist hier zum Profi gemacht worden von Herrn Ruthemöller. Er hat hier auf dem Schoß von Herrn Kullmann Fußballspiele miterlebt und gesehen, habe ich erzählt bekommen. Und er hat auf seinen bisherigen Weg gezeigt, in den Managerstationen, die er hatte, dass er Kader planen kann, dass er Teams führen kann und dass er sich auch auf wechselnde Gegebenheiten einstellen kann. Und außerdem sind wir sicher, das ist nicht unwesentlich in einer solchen Situation. Wenn man in einer schwierigen Situation ist, dann ist immer ganz wichtig, dass das Team, was die Verantwortung trägt, mit dieser schwierigen Situation umzugehen, sich auch ganz gut versteht. Und wir sind sicher, dass Herr Werle, Herr Ehrlich und Herr Held vernünftig und gut harmonieren werden. Wir sind sehr froh, neben Herrn Held heute auch einen Trainer vorstellen zu können, nämlich Markus Gießdoll, von dem wir überzeugt sind, dass er diese große Herausforderung hervorragend meistern kann. Er hat uns bei seiner Vorstellung mehr als überzeugt. Wir können sagen, er brennt für diese Aufgabe. Er bringt die nötige Erfahrung mit und hat bewiesen, dass er schwierige Situationen meistern kann. Und einen Teil dieser Situation hat er uns auch beschrieben. Und da konnte man nochmal miterleben, was das bedeutet, wenn man kurz vorher schon raus ist und dann wieder drin ist. Und was das auch nervlich bedeutet, wie viel man da aushalten muss. Wir sind froh, dass wir ihn gewinnen konnten, dass wir beide gewinnen könnten. Damit haben wir die sportliche Leitung besetzt und in guten Händen. Und wir können uns auf das wesentliche Ziel, das habe ich immer gesagt, was wir haben, konzentrieren, nämlich die Klasse zu erhalten. Und wir hoffen alle zusammen, weil gemeinsam werden wir das schaffen, dass uns das gelingt. Dankeschön. Vielen Dank, Dr. Rolf. Alex Fagern, dich mit Horst Held ist die Geschäftsführung wieder voll besetzt. Ihr kennt euch und schätzt euch. Wie siehst du die Situation? Ja, schönen guten Tag von meiner Seite auch. Ja, wir kennen uns seit 2006 Stuttgarter Zeiten und schätzen uns natürlich. Und es ist ja auch nachweislich so, dass Horst Held einer der erfahrensten und auch erfolgreichsten Manager im deutschen Fußball ist. Und es geht auch gar nicht um einzelne Personen, sondern es geht nur ausschließlich um den 1. FC Köln. Und der Geschäftsführer dieses Klubs wird durch den gemeinsamen Ausschuss besetzt. Und deshalb fand ich das eine sehr, sehr kluge und richtige Entscheidung. Ich möchte mich an der Stelle aber auch noch ganz herzlich bei Frank Ehlik bedanken. Für die letzten zwei Wochen. Er hat ja maßgeblich die Trainersuche koordiniert, auch in Abstimmung mit dem Sportkompetenzteam. Und ja, Markus Gisdol hat uns absolut überzeugt in den Gesprächen, die wir geführt haben. Und zusammen mit Frank Kaspari und André Pavlak sind wir fest davon überzeugt, dass wir diese schwierige Situation meistern können. Denn Manni Schmid wird hoffentlich dem Verein erhalten bleiben in einer anderen Funktion. Da werden wir noch Gespräche führen in den nächsten ein, zwei Wochen. Und letztendlich glaube ich ist es jetzt, und da sind wir alle gut beraten, wieder zur Normalität überzugehen. Das heißt, ich bin fest davon überzeugt, dass Horst Held und Markus Gisdol wieder Ruhe und Stabilität in unseren Klub bringen und dass wir dieses Ziel gemeinsam im Sinne aller Fans des 1. FC Köln meistern können. Und von daher ist es heute ein guter Tag für den 1. FC Köln. Vielen Dank für eure Worte zum Einstand der beiden Neuen. Gerne eröffnen wir jetzt die Fragerunde. Ich möchte vorab schieben, dass die beiden Herren Held und Gisdol am Donnerstag natürlich auch nochmal zur Spieltags-PK zur Rede und Antwort stehen. Insofern nutzen Sie die Fragen zum Momentum. Wer möchte loslegen? Dann legt Philipp Selldorf von der Süddeutschen Zeitung los. Nur weil der Blick auf mich viel hält. Willkommen beim 1. FC Köln. Es war zu lesen und es wurde erzählt, dass im ersten Wahlgang in Anführungszeichen es kein Votum für Sie gegeben hat. Können Sie das aufklären und können Sie das Prozedere mal beschreiben? Das Prozedere der Wahl kann ich nicht beschreiben. Wenn ich dringesessen hätte, hätte ich auch für mich gewählt natürlich. Aber ich war bei der Wahl nicht dabei. Deswegen kann ich es nicht wirklich beschreiben. Ist aber auch egal. Fakt ist, dass ich hier sitze und darüber freue ich mich außerordentlich. Aus mehreren Gründen. Erstens bin ich davon überzeugt, dass wir unsere Ziele erreichen werden. Es war oft schon darüber zu lesen, dass es in der Tat für mich eine Herzensangelegenheit ist. Und ich glaube, jeder, der mich ein Stück weit näher kennt, der weiß, dass das auch der Fall ist. Und am Ende vom Tag ist es so, dass das Gremium entschieden hat. Das Gremium hat sich für mich ausgesprochen. Daraufhin bin ich sehr dankbar. Und werde alles versuchen, gemeinsam mit den Gremien, mit Alex, mit dem Trainerteam erfolgreich zu arbeiten. Und ich denke, dass der Prozess an sich sehr professionell abgehalten wurde. In der freien Wirtschaft ist es ja gang und gäbe, dass man über Headhunter agiert. Also da ist es wie selbstverständlich im Fußball, ist das eine oder andere immer noch im Argen. Und ich war sehr, sehr glücklich, an diesem Prozess daran teilzunehmen. Auch die Gespräche in allererster Linie am Anfang mit dem Headhunter zu führen. Weil man sich da auch immer noch mal weiterentwickeln kann und eine andere Voraussetzung herrscht. Also ich bin da dankbar über den Prozess. Und dass es halt auch mehrere Runden am Ende vom Tag gelaufen ist, ist auch für mich absolut in Ordnung. Und es ist legitim und auch sinnvoll und auch richtig, dass der Verein sich mit mehreren Kandidaten auseinandersetzt. Den einen kennt man vielleicht ein bisschen näher, den anderen vielleicht noch nicht. Und deswegen ist das für mich sehr, sehr gut abgelaufen. Und ich bin, wie gesagt, glücklich, dass ich hier bin. Alex Haubrichs vom Express im Anschluss. Markus Wiefel für Sky. Herr Held, konnten Sie sich denn sicher schon einen Überblick über die Aufgabe machen? Wo wollen Sie ansetzen? Was ist zu tun? Haben Sie auch einen Spielraum vielleicht schon bekommen für den Winter oder so? Den wollte ich mit Ihnen erst abstimmen. Und ob das dann auch ausreichend ist oder ob Ihre Meinung ist, dass wir vielleicht mehr investieren sollten. Nein, dazu ist es natürlich noch nicht gekommen. Wir haben gestern lange zusammengesessen. Und natürlich werden jetzt tatsächlich die Tage und die Nächte länger werden, weil wir schnellstmöglich alle kennenlernen wollen. Nicht nur die Mitarbeiter, sondern natürlich auch die Mannschaft. Ich habe das ein oder andere Spiel gesehen. Und trotz alledem ist das jetzt eine andere Voraussetzung in der Verantwortung. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, Entscheidungen zu treffen. Kurzfristig oder aber auch langfristig. Aber erstmal braucht man einen Einblick und einen Überblick. Und den werden wir uns verschaffen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ansetzen, ich glaube, zwei Sachen. Wir müssen erfolgreicher Fußball spielen. Das ist eine wichtige Grundvoraussetzung. Ich glaube, das Zweite, was unfassbar wichtig ist, so wie ich es von außen betrachtet wahrgenommen habe, ist eine Aufgeregtheit um den Verein herum. Viele Leute machen sich Sorgen. Es ist auch normal, wenn man unten drin steckt, dass man dann nervös ist. Das hat es ja leider Gottes auch vor unserer Zeit gegeben. Und der eine oder andere wird auch den einen oder anderen Abstieg mitbegleitet haben. Das will keiner. Das wollen wir auch. Und deswegen ist eine Aufgeregtheit leider da. Ja, ich denke, dass wir auch Ideen gemeinsam entwickeln müssen, wie wir wieder zu einer Gemeinschaft werden. Fühlt sich von außen ein Stück weit so an, als wenn das nicht so der Fall ist. Und dafür muss ich mich natürlich einbringen, will mich einbringen. Aber auch das ist nicht alleine zu schaffen, sondern nur in einem Team. Ich glaube, da müssen viele daran arbeiten. Nur gemeinsam kann man diese Situation bewerkstelligen. Aber die Leute, die ich jetzt schon kennengelernt habe und in der Kürze der Zeit habe ich alte Gesichter wiedererkannt, aber auch natürlich viele neue Gesichter kennengelernt. Viele motivierte Mitarbeiter in der Kürze der Zeit schon getroffen. Die wollen alle an einem Strang ziehen. Und wenn sie ihren Teil auch noch dazu beitragen, dann glaube ich, werden wir erfolgreich arbeiten hier. Marco, bitte. Der Held ist hier. Wo? Linke Seite. Ah, links. Von Linus. Jetzt. Danke. Da steht ja Sky. Ja. Es heißt, dass Sie selbst den Namen Markus Gisdol ins Spiel gebracht haben, als es darum ging, abzuklopfen, mit wem Sie sich eine Zusammenarbeit auf der Trainerposition vorstellen könnten. Wie kamen da Ihre Überlegungen zustande und welche Gemeinsamkeiten haben Sie beide? Wir kennen uns. Also erstmal gemeinsam. Ich bin natürlich ein Stück weit auch involviert gewesen in die Trainerfindung. Und Alex und Frank haben das ganz hervorragend gemacht. Natürlich ist es in dem Prozess des Treffens halt auch dazu gekommen, dass mich das Gremium, der Vorstand natürlich auch um meine Meinung gebeten hat. Und ich kann bei Weitem nicht sagen, dass ich von dem Prozess und von den handelnden Personen, von den Leuten, mit denen man sich beschäftigt, nichts wusste. Sondern im Gegenteil, ich bin dazu befragt worden, habe dazu meine Meinung gesagt. Und natürlich war Markus auch einer derjenigen, für die, die ich mir in der Zusammenarbeit gut vorstellen konnte, aus mehreren Gründen. Weil ich finde, dass Markus ein ganz hervorragender Trainer ist, dass er schon oftmals bewiesen hat, wozu er in der Lage ist, wo er in der Mannschaft hinführen kann. Wir haben zusammengearbeitet auf Schalke, eine sehr erfolgreiche Zeit. Und von daher ist es, glaube ich, wichtig, das ist zumindest ein Teil, oder eine meiner Überzeugung, dass wir, wir haben nicht viel Zeit. Wir müssen uns nicht neu erfinden. Ich glaube, das ist in der Situation deplatziert, wenn man sich selbst erst mal nochmal erfinden muss, um dann am Ende vom Tag das auf die Mannschaft zu übertragen. Sondern ich glaube, dass unsere Erfahrung da sehr, sehr hilfreich ist, sofort in die Vollen zu gehen. Und deswegen ist es eine kluge Entscheidung vom Verein gewesen, in der ich involviert gewesen bin, Markus zu verpflichten. Weitere Fragen? Guido Ostrowski für Radio Köln. Frage an Markus Gießdoll. Nach den Stationen Hoffenheim, Hamburger SV, hatten Sie jetzt eine längere Pause. Warum war jetzt für Sie der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, okay, das mache ich jetzt? Was waren die Gründe? Ja, in erster Linie war es natürlich auch zuerst mal noch Hallo, auch von meiner Seite, ganz klar. Bin jetzt auch dran. Es ist so, dass man so ein erstes Gefühl hat, wenn man einen Anruf bekommt von einem Klub und dann sich das erste Mal trifft und sich dann im Laufe eines Gesprächs viele Dinge entwickeln. Man merkt, okay, das könnte passen. Man selber auch weiß, was man kann, was man vielleicht auch schon an der einen oder anderen Stelle auch bewiesen hat, bei anderen Klubs. Und in welcher Situation sich der aktuelle Klub befindet, mit dem man dann spricht. Und ich muss sagen, das war von Anfang an sehr gute Gespräche. Und ich bin sehr glücklich, dass man mich zum Ende dann ausgewählt hat, als der Trainer, der die Herausforderung hier meistern soll. Weil wir brauchen uns nichts vormachen. Das ist eine schwierige Situation. Die ist nicht einfach mal so, mir nichts, dir nichts zu erledigen. Sondern wir müssen jetzt wirklich ganz gewissenhaft und grundlegend arbeiten. In vielen Bereichen müssen wir schauen, was passt zu unserer Mannschaft. Welche Dinge kann ich der Mannschaft schnell geben, auch die ihr hilft, ihr Potenzial besser einzubringen, bessere Ergebnisse zum Schluss auch zu erzielen. Dafür bin ich da. Aber ich kenne natürlich auch diese Situation, wenn man zu einem Verein kommt, bei dem es sportlich gerade vielleicht nicht ganz so gut läuft. Dann hat man immer den Eindruck, man steht an einer Stelle. Und da gibt es dann auch Parallelen zu anderen Klubs. Da empfindet der Klub das immer so, bei uns ist es am allerschlechtesten und am allerschlimmsten. Und es gibt nichts Schlimmeres wie das, was wir jetzt gerade hier haben. Und das ist tatsächlich ja meistens nicht der Fall. Sondern es ist oftmals so, dieses Kleine um den Klub herum. Und da ist es für uns aber vor allen Dingen wichtig, jetzt Ruhe hier reinzubringen. Hier auch mit der notwendigen Gelassenheit die Sache anzugehen. Aber natürlich mit voller Energie eng zueinander zu stehen, die Mannschaft zu entwickeln, ein Team zu entwickeln, das so in der Situation sich präsentiert, wie es dann auch angemessen ist, um aus dieser Situation herauszukommen. Und wie wir das zum Schluss auf den Platz dann bringen und welche Art und Weise wir in der Systematik spielen, die kann ich Ihnen heute noch nicht 100 Prozent sagen. Weil ich muss die Mannschaft jetzt erst mal gut kennenlernen. Ich habe einen Co-Trainer an meiner Seite, der die Mannschaft kennt. Ich habe ein Athletik-Team, der die Mannschaft kennt. Und ich bin dankbar, dass zum Beispiel Horst Held an meiner Seite ist, der den Verein gut kennt, weil ich den FC Köln noch nicht so gut kenne. Und da bin ich natürlich sehr glücklich, dass jetzt Horst auch an meiner Seite hier ist. Erik Monin für RTL. Herr Rolf, Sie sprachen eingangs davon, dass Sie von der neuen sportlichen Leitung überzeugt sind. Wie passt zu dieser Überzeugung die relativ kurze Vertragslaufzeit und gelten die Verträge auch für die zweite Liga? Die Vertragslaufzeit war ein gemeinsamer Wunsch von allen Beteiligten. Insofern haben wir gesagt, wir schauen, was Ende der Saison los ist und dann schauen wir weiter. Und ich denke, das ist rational, das so zu machen. Und ich habe von den sportlich erfahrenen beiden, die neben mir sitzen, nichts anderes gehört, sondern das ist so geäußert worden. Und auf der Basis haben wir uns geeinigt. Und sollten wir Erfolg haben, dann glaube ich, dass mein Grundprinzip Kontinuität hoffentlich irgendwann mal in Erfüllung geht. Das ist ein Wunsch. Und manche Wünsche gehen manchmal nicht in Erfüllung. Aber ich hoffe, diesmal geht es in Erfüllung. Ja, auch noch andere. Haben Sie lieber zugehört? Haben Sie auch die Verträge dann auch die zweite Liga? Ich glaube, für Inhalte des Vertrages, glaube ich, müssen wir jetzt keine Auskunft geben. Aber heute ist ein anderer Tag. Gestern stand ganz schön viel in der Zeitung und heute auch. Gibt es weitere Fragen? Unabhängig von Vertragslaufzeiten. Holger Schmidt für die dpa und im Anschluss Martin Sauerborn für die Kölnische Rundschau. Herr Gießdoll, es stand nicht nur vielen in Zeitungen, sondern auch in Social Media. Viele Fans haben Sie skeptisch empfangen. Haben Sie das wahrgenommen und wie nehmen Sie das wahr? Und wie wollen Sie damit umgehen? In erster Linie habe ich mir jetzt mal versucht, diese Dinge auch auszublenden. Aber man nimmt es natürlich wahr. Und es ist ja auch legitim, dass man heute in unserer heutigen Zeit sich äußert, auch in Social Media äußert. Ich kann sagen, ich weiß, warum ich hier bin. Ich weiß, welche Aufgabe mich hier erwartet. Und ich weiß, was ich leisten kann. Aber das darf kein Ich sein. Sondern das muss ein Wir sein. Wir müssen das zusammen angehen. Und ich habe vom Verein absolut gespürt, dass man das unbedingt mit mir jetzt machen möchte. Dass man das mit mir und Horst Held zusammen machen möchte. Und dieses Wir möchten wir auch auf unser Team übertragen. Und dann müssen wir überzeugen durch die Leistungen, die wir jetzt bringen. Ich kann jetzt die schönsten Geschichten hier erzählen, wie toll ich was erledigen kann oder wie toll wir was erledigen können. Zum Schluss ist es nachher wichtig, dass wir am Ende dieser Saison weiterhin in der ersten Liga sind. Das ist unser großes Ziel. Und für das machen wir alles. Martin Sauerborn im Anschluss. Herr Held, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie sich die Mannschaft, also die Spiele der Mannschaft schon angesehen hätten. Welchen Eindruck haben Sie gewonnen von außen? Und was glauben Sie, braucht die Mannschaft im Moment? Ich glaube, dass das eine Mannschaft, die besetzt ist, der Kader besetzt ist, dass man selbstverständlich die Liga halten kann. Ich glaube, dass das eine oder andere aus verschiedensten Gründen von außen betrachtet, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, einfach nicht so richtig funktioniert hat. Ich glaube, dass der Spielplan auch eine Rolle gespielt hat. Ich habe das selbst leibhaftig erlebt, wenn der Spielplan mal nicht gerade günstig für einen ist, dass es dann ganz schnell auch zu blöden Situationen kommen kann. Natürlich merkt man ein Stück weit, dass die Mannschaft durch die Niederlagen, und da waren ja auch ein paar Knaller auch dabei, wo man sich ungerecht behandelt fühlt, ohne das jetzt vorne wegzuschieben. Aber ich weiß das selbst aus eigener Erfahrung, wenn man auf dem Platz steht, und dann kommt dann wieder so ein Keulenschlag, dann zieht sich das runter. Und natürlich spürt man ein Stück weit auch die Verunsicherung, die jetzt hineingekommen ist im Team, weil am Ende vom Tag sind das alles klasse Fußballer, jeder, der in der Bundesliga spielt, und auch natürlich beim 1. FC Köln ist das der Fall. Aber der Kopf fängt an zu denken, und ich glaube, das wird eine der wichtigsten Aufgaben sein, die Blockaden zu lösen, die einzelnen Blockaden. Und wenn wir das schaffen, das ist ein Prozess, das wird nicht mit einer Hand auflegen, gehen Sie ruhig hin, kein Problem. Du hast in der Kabine 500 Euro, habe ich gelernt. Ich glaube, dass das einfach ein Prozess ist, und da müssen wir gemeinsam daran arbeiten, mit vielen Einzelgesprächen. Die Spieler müssen sich öffnen, sie müssen auch dazu bereit sein, sich zu öffnen. Weil am Ende habe ich gute Spiele gesehen, die die Mannschaft aber verloren hat, oder sie wahrscheinlich noch mehr als ich. Wir haben aber auch schlechte Spiele gewonnen, also von daher gab es schon in der Kürze der Zeit sehr, sehr viel. Aber eins steht außer Frage, dass die Mannschaft die Qualität hat und in der Lage ist, in der Liga zu bleiben. Also davon bin ich fest überzeugt. Und jetzt müssen wir die Bausteine zusammenlegen, an den richtigen Rädchen drehen, um am Ende vom Tag sie auch wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Alex Haubrichs nochmal für den Express. Und im Anschluss, Marco, wie viel für Sky? Ja, Herr Gisdol, zu dem in die Spur springen bleibt ja nicht viel Zeit. Herr Held hat den Spielplan angesprochen, es sind jetzt noch sechs Spiele bis zur Winterpause, und dann kommt dieses Auftaktprogramm, was ja auch ein bisschen zu dieser Situation beigetragen hat. Ja, wo setzen Sie an? Weil Sie müssen ja relativ kurzfristig... Jetzt kommt noch eine Frage vorneweg. Leipzig, denkt man da kurz als Trainer, kann ich vielleicht kurz am Sonntag erst anfangen? Und danach kommen halt ja doch Spiele, die halt schon sehr entscheidend sind. Und wie geht man das an jetzt? Also zunächst einmal ist jetzt ja die Saison noch nicht mal zur Hälfte gespielt. Und die Panikmache ist ja dann oftmals groß. Und da dürfen wir uns nicht davon anstecken lassen, sondern wir müssen jetzt schon auch Trainingsinhalte mit der Mannschaft erarbeiten, die uns auch in zwei oder drei Wochen weiterhelfen, die uns nicht nur kurzfristig für das nächste Spiel gut vorbereiten. Aber ich will mir da auch nicht die allergrößte Hektik machen, was die Dinge angeht, sondern ich muss mir jetzt eine Beziehung aufbauen zu meiner Mannschaft. Ich muss meine Mannschaft gut kennenlernen. Ich glaube, ich habe die Fähigkeit, auch schnell Spiele auf den richtigen Positionen dann einsetzen zu können, mit einfachen Hilfen, um eine gewisse Stabilität in unser Team reinzubekommen. Wir brauchen ein gutes Verteidigen, und unabhängig von der Höhe, ob wir ganz hoch pressen, ob wir vorne anlaufen, ob wir Mittelfeldpressing oder Abwehrpressing machen müssen, wir brauchen ein paar einfache Mechanismen, die unserer Mannschaft helfen. Und an denen werden wir jetzt zunächst mal arbeiten. Dass wir der Mannschaft Training Stück für Stück unsere Idee wiedergeben und dann schauen, was passt am besten zu unserem Team. Natürlich wünschst du dir, dass das nächste Wochenende vielleicht noch nicht das Spiel gegen Leipzig wäre, aber es ist ja kein Wunschprogramm, sondern wir haben jetzt Leipzig und dann hast du die gespielt, dann hast du das nächste Spiel. Du musst jetzt in der Saison direkt reinspringen, hast wenig Tage. Klar, Leipzig hat 100 Trainingseinheiten Vorsprung, wenn wir gegen die spielen. Oder mehr Trainingseinheiten Vorsprung, weil sie die ganze Saison schon zusammenarbeiten. Ja, aber wir werden unsere Chance dort auch haben. Marco, bitte. Herr Gissel, Sie sagten eben, Sie kennen den Verein in der 1. FC Köln noch nicht so gut, dafür kennen Sie Anthony Modest. Wie würden Sie Ihre Beziehung zu ihm beschreiben? Wie groß ist da die Herausforderung? Er ist ein Spieler, der ein großer Faktor sein kann für den 1. FC Köln und eigentlich auch sein sollte. Ich habe ihn gerade schon gesehen, wir haben uns angelächelt. Wir wissen beide, dass wir vor allen Dingen eine sehr erfolgreiche Zeit in Hoffenheim hatten. Ich hatte ihn ja damals aus Bastia geholt nach Deutschland. Er hat in der 1. Saison unglaublich gut performt. Wir sind dann 9. geworden. Im 2. Jahr sind wir 8. geworden mit ihm. Da war aber die Konkurrenzsituation ein bisschen eine andere. Dann hatte der FC Köln Glück, dass ich ihn verpflichtet habe nach der Saison. Und wir haben ein anständiges Verhältnis miteinander, wie man miteinander umgeht. Ich freue mich auf ihn und ich freue mich, mit ihm zusammenarbeiten zu können. Weil wir werden ihn brauchen. So wie wir jeden anderen Spielen auch brauchen. Aber Toni in Bestform wäre doch geil, wenn wir es wieder hinbekommen. Also deswegen auch mit ihm Neustart. Martin, bitte nochmal. Und im Anschluss Philipp Selldorf. Herr Gisdol, 22 Monate ist ja eine relativ lange Zeit. Ohne Job stellt sich natürlich auch die Frage, wie haben Sie die Zeit genutzt? Was haben Sie gemacht? Fortbildung und so weiter. Ja, ich habe mich nur gelangweilt. Nein, irgendwann wird es natürlich mal ein bisschen langweiliger. Klar, aber ich habe vor allen Dingen, glauben Sie mir, wenn du in so einem intensiven Job bist wie in der Bundesliga, dann hast du in erster Linie auch mal Zeit für dein privates Umfeld, für Familie und Freunde am Anfang. Aber dann habe ich nichts Außergewöhnliches gemacht, sondern das, was eigentlich alle Trainer machen. Sie versuchen, sich fortzubilden. Ich habe versucht, mich in der Zeit weiterzuentwickeln und ein besserer Trainer noch zu werden. Ich habe viele Spiele angeschaut. Ich war in England oft. Ich habe mich mit Spielanalysten unterhalten, unzählige Dinge, aber ich glaube, das war nichts dabei, was irgendwie so hochtrabend wäre, dass man es in die Überschrift reinnehmen müsste. Philipp, bitte schön. Herr Heldt, Sie haben tatsächlich auf dem Schoß von Bernd Kullmann gesessen. Das ist ja Wahnsinn. In der Tat. Haben Sie nicht. Hab ich nicht. Kann ich nicht mit angeben. Ja. Aber ich kann mit vielen anderen Dingen angeben. Aber das mal austauschen. Nein. Wir hören. Müssen wir uns betteln, mal gucken. Aber nicht hier. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, es hat ja vor zwei Jahren schon fast geklappt, oder es ist dann letztlich an Herrn Kind gescheitert, warum der Drang, hier noch mal zu arbeiten. Beschreiben Sie in der Tat mal Ihre emotionale Bindung zu dem Verein. Jeder, der nicht in Köln lebt, oder Kölner ist. Ich bin Königswinter geboren, da bin ich auch stolz drauf. Und trotz alledem definiere ich mich da schon als Kölner. Ich meine, ich bin zehn Jahre in dem Verein gewesen. Und das war eine ganz, das war eine wunderschöne Zeit. Ich habe meine Karriere als Fußballprofi begonnen. Ich habe das Marit Otze live miterlebt. Aber natürlich auch die Trauer, dann den Pokalsieg nicht zu erreichen, Perle Baski und, ich weiß nicht, wer noch den Elfmeter verschossen hat. Auf jeden Fall. Ja, ich hatte damals kein Arsch in der Hose, sondern bin nicht zum Elfmeter gegangen. Das war auch mein erstes Jahr als Profi. Aber da habe ich unvergessliche Momente erleben dürfen. Ja, und das war ein Traum in meinem Leben, nochmal einmal für meinen Klub arbeiten zu dürfen. Das hatte zwar als Spieler nicht mehr funktioniert, obwohl es als damals Wolfgang Overholt Präsident gewesen ist in der zweiten Liga, glaube ich. Ich bin da nicht mehr so sicher, ob das, aber ich glaube, das war in der zweiten Liga, gab es nochmal die gemeinsame Bemühungen, mich wieder zurückzuholen. Das hat dann auch wieder nicht funktioniert. Also es ist ja nicht nur 2017 ein Thema gewesen, sondern schon hin und wieder, auch wenn es die Öffentlichkeit nicht mitbekommen hat, dass ich den Drang hatte, wieder zurückzukommen. Und 2017, glaube ich, haben wir vieles versucht. Am Ende hat es nicht funktioniert. Ich glaube auch, das ist natürlich auch eine Reflexion, die man da machen muss, dass das am Ende auch von meiner Seite sicherlich nicht so gut gelungen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich glaube, es wäre auch nicht in Ordnung, Martin Kind alleine dafür verantwortlich zu machen. Ich glaube, dass ich meinen Teil auch dazu beigetragen habe, dass es nicht funktioniert hat. Am Ende bin ich jetzt wieder hier und das freut mich. Und wenn man dann nach Köln reinfährt und sieht den Dom, das ist vielleicht für den einen oder anderen selbstverständlich, für mich nicht. Und da geht einem das Herz auf. Und ich glaube, ich brauche die Emotionalität des Klubs den Menschen hier nicht erklären. Ich bin davon überzeugt, dass man, was der Verein ja sowieso schon macht, ganz viel rausziehen kann. Aber ich glaube, dass man noch mehr rausholen kann aus dieser Einzigartigkeit. Es ist nicht umsonst spürbar anders. definiert sich halt auch so. Und ja, jetzt schlucke ich und dann beende ich meinen Satz. Ja, weil das halt was sehr Schönes für mich ist. Und werde versuchen, nachhaltig in der Zeit, die ich jetzt zur Verfügung bekomme, tatsächlich die Leute versuchen zu überzeugen mit meiner Arbeit, dass sie sagen, das leckt mich am Ärmel. Mit dem Held, das hat echt Spaß gemacht. Und das ist mein Ziel. Gerne nochmal Martin Sauerborn. Herr Held, wo wir gerade beim Thema sind, Sie durften Ihren Vertrag in Hannover ja kürzlich auflösen, bevor klar war, dass Sie hier die Stelle antreten können. Zufall oder eine Vorahnung, dass es hier klappen könnte? Weitsicht. Nein, ich meine, das ist ja, wir haben gerade von 2017 gesprochen. Es gibt ja so Zyklen im Fußball. Selten wird ein Trainer oder Manager im August oder im September freigestellt. Und da gibt es immer Zeitfenster aus meiner Sicht. Und Zeitfenster ist halt dann um die Weihnachtszeit, vielleicht im Frühjahr und dann wieder im Mai, Juni, Juli, wo eventuell der Feinaus aus verschiedensten Gründen heraus eine neue Personalentscheidung trifft. Und ich wollte mich unabhängig machen von Hannover 96. Das heißt also, das war einfach eine Spekulation auf das, was passieren könnte. Nicht nur beim 1. FC Köln, sondern grundsätzlich. Ich habe im April aufgehört zu arbeiten und das war auch eine tolle Zeit. Keiner hat jetzt nach meinem Gewicht gefragt, aber jeder, der mich kennt, weiß, ich habe abgenommen. Das ist ein Riesenfortschritt in der Zeit gewesen und habe vieles umgestellt in meinem Leben aus Überzeugung heraus. Ich habe also die Zeit auch genutzt und jetzt wollte ich wieder arbeiten. Und die Voraussetzung ist dann halt auch, sich vom ehemaligen Arbeitgeber zu trennen. Und das haben wir ganz freundschaftlich miteinander gemacht, die Vereinsführung von Hannover 96 und ich. Und am Ende weiht sich dahingehend, dass dann auch noch bei meinem Verein, aus Gründen, die ich jetzt nicht begleiten möchte, der Job frei wurde, bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich diese Voraussetzung geschafft habe. Da war aber nichts im Plan und irgendwie eingetürgt, sondern es war ja auch eine Zeit, wo ich das entschieden habe, wo das noch überhaupt gar kein Thema gewesen ist. Und ich halt auch die Flexibilität für mich selber in meinem Leben haben wollte, vielleicht auf andere Situationen wieder Möglichkeiten zu finden, zu arbeiten. Marc Merten für den Geistblock. Herr Heltz, Sie hatten schon mal auf Schalke die Möglichkeit, Markus Gießdoll zum Trainer zu machen, haben sich dann für Jens Keller entschieden. Wie hat sich Markus Gießdoll aus Ihrer Sicht als Trainer entwickelt in dieser Zeit? Was hatte er schon damals? Was hat er heute? Und warum ist er für Sie jetzt der geeignete Trainer? Also Markus habe ich kennengelernt als damals absolute Wunschlösung von Ralf Rangnick. Das hat ja auch immer eine besondere Geschichte, muss man sagen. Also Ralf Rangnick ist Cheftrainer geworden, als ich verantwortlich gewesen bin. Und Markus war seine absolut erste Wahl als Co-Trainer. Dem wurde dann natürlich entsprochen. Und so habe ich dann Markus kennengelernt. Und dann hat von einem auf den anderen Tag, vom Montag auf Dienstag, mir das Management von Ralf Rangnick gesagt, dass er nicht mehr arbeiten kann. Das war im Herbst, November, September, November, wo die Liga schon gelaufen ist und keiner mehr zur Verfügung gestanden ist. Man hat häufig die Situation als Vereinsverantwortlicher, dass man aus dem Momentum agieren muss. Und eine Planung funktioniert selten, leider Gottes. Das ist leider im Fußball so. Und dann war ich darauf angewiesen, schnelle Lösungen zu finden. Und es war klar, dass Markus in der Kürze der Zeit, in der ich ihn kennengelernt habe, sich extrem eingebracht hat als Co-Trainer. Er war der verlängerte Arm von Ralf. Und man konnte schon sehen, dass er viel Fußballverstand hat, hat sich extrem eingebracht, hat ein gutes Verhältnis zur Mannschaft gehabt. Und dann war es klar, er bleibt natürlich da. Bin aber auch davon überzeugt gewesen, dass wir noch was dazu brauchten. Dann habe ich Hub Stevens verpflichtet. Und das war eine sehr erfolgreiche Zeit. Wir sind in den Champions League gekommen. Ich glaube, mal wieder einen Rekord gebrochen auf Schalke. Und, leider Gottes, ist es halt einfach so, dass dann auch der Fußball sehr, sehr schnelllebig ist. Und wir dann trotz der erfolgreichen Zeit mit Champions League-Teilnahmen erreichen alle Ziele, die da dringend notwendig waren für den zu meiner Zeit sehr klammend Verein. War das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft nicht mehr das, wie es sich gut anfühlte. Und deswegen musste ich eine Entscheidung treffen. Und deswegen wollte ich auch einen Neustart machen. und den habe ich dann halt auch komplett gemacht. Das sind dann Situationen, die man dann für sich entscheidet. Das hinterlegt man mit ein paar Begründungen für sich selber und natürlich auch in einem Team. Ich erwarte das hier so und kenne das auch nicht anders, außer bei vielleicht einem Verein. Aber bei meinen vorherigen Stationen hat man Entscheidungen immer im Team getroffen. Das war damals bei Schalke so und das wird auch hier so sein, dass wir zukünftige Entscheidungen immer im Team treffen. Und das war auch nicht meine Entscheidung alleine, aber ich bin am Ende vom Tag verantwortlich, damals und auch heute. Und so werde ich auch zukünftig ja gerne Entscheidungen treffen, aber mit dem Vorstand zusammen, mit den Gremien zusammen, sei es bei Spielerverpflichtungen, mit Alex zusammen, sei es bei der Kaderplanung, mit Markus zusammen. Ich glaube, eine One-Man-Show ist nicht mehr zeitgemäß. Und die hat es bei mir nicht gegeben und die wird es bei mir auch nicht geben. Und ich glaube, dass das zukunftsträchtig ist, es breit aufzustellen. Alex Haubrichs. Dann direkt eine Anschlussfrage. Zumindest aus Hamburg erzählt man sich, Herr Gisdol, dass Sie sich dann gegen den Manager Horst Held gesperrt haben sollen? Echt? Ja, so. Ja, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Nee, jetzt müssen wir mal erzählen. Also es ist ja tatsächlich so, dass man sich dann manchmal schon wundert, was für Dinge entstehen. Also ich glaube nicht, dass es irgendeinen Trainer auf der Welt gibt, der entscheidet kann, wer Manager wird bei einem Klub. Also ich hatte mit Horst immer ein tatenloses Verhältnis, wenn wir uns danach auch gesehen haben. Also von daher kann ich es jetzt weder bestätigen noch sonst irgendwas dazu ergänzen. Ich gerne nochmal Marc merken für den Geistblock. Held, dann nochmal die Nachfrage zur zweiten Teil mal eine Frage. Haben Sie zwei Fragen gestellt? Ja, wie sich Markus Gisdol als Trainer entwickelt hat und was er heute für einen Trainer aus Ihrer Sicht ist. Stimmt, ich habe das gar nicht zu Ende erzählt. Also so habe ich ihn damals kennengelernt und natürlich hat er dann den richtigen Schritt gemacht, dass er vom Co-Trainer zum Cheftrainer geworden ist und Markus steht für eine Art von Fußball, die glaube ich sehr modern ist. Aber was ich auch kennengelernt habe und in den Stationen von außen betrachtet, weil wir nach Schalke nicht mehr zusammengearbeitet haben, deswegen freue ich mich, dass wir jetzt wieder zusammenkommen, dass Markus in der Lage ist, tatsächlich vielseitig zu agieren, dass er sich nicht einpressen lässt in ein System oder in eine Idee, sondern dass er genau den richtigen Ansatz findet. Das ist glaube ich eine Grundvoraussetzung heutzutage, um einen Trainer halt auch anzustellen, dass er sagt, ich schaue mal die Mannschaft an und versuche das bestmögliche System auf diese Mannschaft zu übertragen. Jeder hat eine Idealvorstellung und die haben wir beide auch. Ich glaube, dass die auch sehr, sehr ähnlich ist oder ich weiß, dass die sehr, sehr ähnlich ist, wie man sich vorstellt, Fußball zu spielen, aber am Ende sind die Gegebenheiten dann immer ein Stück weit unterschiedlich. Jetzt haben wir Abstiegskampf, wir spielen die New York Champions League und werden wahrscheinlich auch das nicht mehr erreichen in dieser Saison und jetzt gilt es halt natürlich andere Situationen zu schaffen, dass die Mannschaft erfolgreich ist und vielleicht kann man im Laufe der Zeit, wenn die Ergebnisse kommen, dann halt auch eine Idee entwickeln, wie man Fußball spielt und das finde ich sehr, sehr wichtig und das habe ich bei Markus erkannt im Laufe der Zeit, dass er sehr, sehr flexibel agiert hat als Trainer. Mir gefällt sein Führungsstil, auch jetzt gerade eben die Ansprache bei der Mannschaft hat mir sehr gut gefallen, ohne dass wir jetzt großartig im Vorfeld darüber gesprochen haben, aber da wäre ich schon gern Spieler gewesen und hätte gerne jetzt schon in der Kabine gesessen in Leipzig und hätte irgendjemanden vor Schiebein treten wollen, aber dadurch, dass ich kein Spieler bin und zu alt bin, gehen wir das ganz in Ruhe an, aber ich spüre einfach die Energie, die Markus ausstrahlt und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die für uns sehr, sehr vorteilhaft ist. Ich werfe noch mal einen Blick in die Runde. Alex, bitte. Herr Wolf, im Grunde, seit Ihrer Wahl befindet sich der Verein so gefühlt im permanenten Krisenmodus. Wie erleben Sie die Zeit und wie groß ist die Hoffnung bei Ihnen, dass das jetzt ab morgen vorbei ist? Oder übermorgen? Also ja, natürlich ist, wenn du in einem sportlichen Misserfolg dich befindest, ist auch Krise angesagt. Das ist doch klar. Ansonsten habe ich nicht so sehr Krise wahrgenommen. Es ist ja viel geschrieben worden, in welchem Chaos wir hier befinden, sich uns befinden. Das habe ich zu keiner Zeit wahrgenommen. Wir sind als Klub vielleicht ein bisschen anders als der eine oder andere Klub. Wir sind ein Mitgliederklub. Wir haben eine grundsätzliche Vorstellung, dass die Mitglieder auch mitreden dürfen. Also wir haben uns demokratisch organisiert. Das war im Jahr 2012, 2013 eine bewusste Entscheidung. Und ich stehe zu 100 Prozent als Präsident hinter dieser Entscheidung, hinter der Satzung und hinter den Gremien. Und die Gremienarbeit, was uns betrifft, was den Vorstand betrifft, ist es der gemeinsame Ausschuss. Die ist bisher als sehr gut zu bezeichnen. Natürlich, wenn ich den Ansatz habe, dann gibt es Diskussionen. Und ich bin absolut sicher, dass niemand aus dem gemeinsamen Ausschuss irgendwas über Prozess nach draußen gegeben hat. Und insofern wird eine Menge spekuliert. Das muss man aushalten können. Das ist Ihr Job, zu spekulieren und aus verschiedenen Informationen, die Sie haben, Hypothesen zu machen. Das ist okay. Aber die Vorgänge, Herr Held hat es eben bestätigt, der Prozess als solcher war geordnet. Natürlich haben wir immer auch den Headhunter hören, die nicht gerne, den Personalberater gefragt, wie kommen wir an? Also, was sagen dir die Kandidaten oder was sagen Ihnen die Kandidaten? Weil das ja offensichtlich nicht ganz gewöhnlich ist. Und alle Kandidaten haben gesagt, finden Sie prima. Einige haben gesagt, super professionell, würden wir uns wünschen. Insofern auch von der Seite, wir hatten einen geordneten Prozess. Es sind viele Namen in der Zeitung gelesen, konnte man lesen. Der eine stimmte, der andere nicht. Also, Sie haben nicht alles mitbekommen, was wir gemacht haben, was ja auch nicht unbedingt der Fall sein muss. Wir haben uns eine Meinung gebildet und sind am Ende zu einem aus meiner Sicht sehr guten, sehr vernünftigen Ergebnis gekommen. Die Sache als solche, klar wünscht man sich einen anderen Start, aber das Leben ist kein Wunschkonzert und man muss die Dinge, so habe ich gelernt in meinem Leben, so nehmen, wie sie sind. Wir sind als Team gut gestartet. Wir haben, denke ich, uns sehr schnell darum bemüht, mit den Mitarbeitern im Geißbockheim ins Gespräch zu kommen, uns eine Meinung zu bilden. Das hatten wir uns so vorgenommen. Und dann ist das Ganze, dann muss man mal gerade die Luft anhalten, um eine Krise zu managen. Das haben wir jetzt gemacht. Und ich hoffe, dass wir dann ab morgen wieder in einen ganz normalen Modus reinkommen können und gemeinsam die Dinge anpacken können. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass uns das auch gelingt. Das heißt jetzt nicht, dass wir die Garantie haben, ab morgen gewinnt die Mannschaft jedes Spiel. So ist das im Fußball. Aber wir hoffen, dass wir am Ende des Tages, am Ende der Saison den Klassenerhalt schaffen. Und das haben im Übrigen in allen Gesprächen, die wir geführt haben, die betroffenen Menschen, die ja mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen und Herkünften am Tisch saßen, alle haben uns gesagt, eigentlich habt ihr eine Mannschaft, mit der man das schaffen sollte. Apropos Start. Für den Trainer wartet um 15 Uhr der Start auf dem Platz. Deshalb die letzten drei Fragen für Philipp Selldorf, Christian Schulze und Marc Merten. Herr Wolf, daran anschließend entstand der Eindruck, dass im Galsburgheim permanent das Licht brannte, weil es so viele Sitzungen und Besprechungen gab. Können Sie das ungefähr beziffern, wie viele Sitzungen es tatsächlich gegeben hat und wie viele Stunden Sie und Ihre... Das Einzige, was ich Ihnen in Ziffern sagen kann, die Tage begannen in der Regel so gegen acht und endeten irgendwann zwischen ein und zwei in der Zeit. Und Sie haben ja in dem Interview, was ich am Wochenende... War das am Wochenende? Ja, am Wochenende gelesen, dass ich damals Werner Spinner gesagt habe, also zwei, drei halbe Tage und er hat sieben Tage gesessen. Ich habe gestern, ja, ich glaube, gestern Morgen mit ihm telefoniert. Er war in Singapur oder ist in Singapur und er sagte, siehste, du hast mir gesagt, es wäre ein halber Tag gewesen. Und jetzt erlebt ihr es auch. Also klar, aber das ist nun mal einer Krise inhärent, dass Sie, wenn es Haus brennt, müssen Sie einen Eimer besorgen und Wasser und löschen. Und da können Sie nicht fragen, ist das richtig oder habe ich die Zeit dafür oder wie geht es mir, sondern Sie müssen sich auf das Thema fokussieren und gemeinsam schauen, dass Sie möglichst bald zu einem vernünftigen Ergebnis kommen. Und das haben wir gemacht. Ja, und dann gibt es halt mal Tage, die sind etwas länger und das muss man aushalten können. Christian Schulze, bitte. Herr Gissel, Herr Held hatte gerade schon mal Ihre Mannschaftsansprache gelobt. Können Sie im Groben verraten, was Sie zum Start mit auf den Weg gegeben haben? Betriebsgeheim. Ich bekomme gerade Tipps von rechts und links, was ich sagen darf. Nein, es ist tatsächlich so, dass ich es ganz gerne habe, dass meine Mannschaft mich natürlich kennenlernt und auf welche Dinge ich Wert lege, ohne jetzt hier ins Detail zu gehen. Aber die Mannschaft muss ja auch in dem Bereich wissen, was sie erwartet, auf was sie sich einlässt, auf was sie sich einlassen sollte, was ich für das Vertrauen ich von den Jungs auch brauche. Aber ich möchte da nicht ins Detail gehen, weil das sind genau die Dinge, die genau nur in die Kabine eigentlich gehören und nicht in die Öffentlichkeit. Die letzte Frage für heute geht an Marc Merten. Bitte schön. Ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wem ich Sie am besten stelle. Herr Wolf, auf jeden Fall, Sie hatten letzte Woche gesagt, dass der Mannschaft vielleicht einem Psychologe fehlt, den man an die Seite stellen soll. Haben Sie mit Horst Heldt und Markus Gießler darüber schon gesprochen? Und natürlich an die beiden dann auch die Frage, ist das jetzt etwas, was Sie direkt umsetzen wollen, um der Mannschaft noch eine Hilfestellung zu geben? Also, natürlich haben wir darüber gesprochen. Alles andere wäre ja ein bisschen komisch, wenn ich der Meinung bin, dass das passieren sollte. Aber es gibt auch eine Grundregel, Entscheidungen trifft die Geschäftsführung. Und ich bin mir relativ sicher, dass die damit umgehen kann und dass die da auch eine klare Sichtweise hat dafür. So ist es gelaufen. Bei mir gelandet, ich mit Markus gesprochen und Markus vollendet eigentlich die Frage, indem er die Antwort hat zu lügen. Klar. Zum Schluss ist es so, ist doch ganz logisch, ich mache mir in aller Ruhe ein Bild von unserer Mannschaft. Und Sportpsychologen sind heutzutage ein großes Thema in jedem Leistungssport überall. Manchmal sind sie sinnvoller im Einsetzen, manchmal sind sie weniger sinnvoller. Manchmal braucht es die Mannschaft, manchmal braucht es weniger. Ich möchte das heute gar nicht ausschließen oder sagen, wir brauchen es unbedingt. Ich muss mir ein Bild machen. Ich hatte Situationen schon in meiner Trainerlaufbahn, wo wir Sportpsychologen dazugenommen haben und sehr gute Erfahrungen gemacht haben und es der Mannschaft geholfen hat. Aber die Mannschaft muss auch bereit sein. Dazu brauchst du auch verschiedene Mechanismen, die da dazu wichtig sind. Und in aller Ruhe ein Bild machen und dann entscheiden. Ja, vielen Dank und dir sozusagen eine schöne Trainingseinheit, bei der du dir ein erstes Bild machen kannst. Ihnen allen vielen Dank für ihr Kommen und einen schönen Nachmittag. Die Herren stehen natürlich gerne noch für ein gemeinsames Foto zur Verfügung. Dankeschön. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020